Willkommen zurück zu Let's Play Rayman Legends. Drei Kleinlinge warten hier im tückischen Tempel auf uns. Wieder mal so ein Jagd-die-Kiste, die Schatztruhe-Level. Ja, die Sequenz kennen wir doch schon. Haben wir schon oft genug. Äh, ja. Machen müssen. Uah. Blub. Ja, Mann, es läuft. Scheiße, das war blöd. Okay, gut. Ich hab dann... Da passt man einmal nicht auf und dann... Ach, Mann. Egal. Eigentlich sind die Level ja nicht so schwer, ehrlich gesagt. Sind alle machbar. Hier nach unten. Und hier einfach nur laufen. Oh, falsch abgesprungen, Mann. Die sind nicht schwer. Nein, nein, die sind nicht schwer, die Level. Nein, nein, auf keinen Fall. Los jetzt. Gebe ich alles. Wuhu, wow. Nach unten. So, und jetzt geschickt abspringen. Jawohl. Ah, hier muss ich einfach nur runterfallen. Alles klar. Gut, das ist das Blöde, wenn man den Level halt nicht kennt, ne? Braucht man erstmal ein paar Anläufe. An gewissen Stellen muss man verrecken, um zu wissen, wie es dann weitergeht. Juhu. Boom. Also, whoops. Ah, jetzt hab ich hier nicht gesprungen. Äh, jetzt hab ich hier nicht die Sprungtaste gedrückt, so. Bin ich nicht gesprungen. Nicht hab ich nicht gesprungen. Das sind so kleine Wortfehler, die mir alsmal passieren. Aber ich denk mal, das ist... Das könnt ihr mir verzeihen, oder? So kleine Fehlerchen bei der Aussprache. Woho. Ja, hier jetzt springen. Auch. Und hier einfach chillig nach unten. Unten. Wow, fuck it. Fuck it. Oh, fuck it doch. Warum... Verdammt nochmal. Egal. Also laufen. Entschuldigt bitte. Mann, das sind so kleine Fehler, die einem voll aus der Fassung bringen, weil man einfach nicht damit klarkommt, wie schlecht man doch eigentlich spielen kann. Aber, was soll's. Jawohl. Und hier jetzt, und hier dran denken, nicht zu springen, springen. Hier war das jetzt, ne? Oh, jetzt bin ich nicht abgesprungen richtig. Verdammt nochmal. Jo, klein Ding, was geht? So, und jetzt hier wieder. Damn. Wee, 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 wee. Lalala. Oha, fast wäre ich wieder nicht abgesprungen. Verdammt, ich muss mich... Jawohl. Jawohl. Okay, was kommt hier jetzt Schönes auf mich zu? Bühnen. Jawohl, das war gut. Ja, Mann, guckt euch das an. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es ging. Tatsächlich. Weiter geht's. Ja, 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 ha. 133 lagen wir doch vollkommen. So. Wieder drei Stück mehr. Rit, rit, rit. Gut. Und öffnet sich wieder ein normaler Level. Glückslose. Wieder ein Kuscheltier. Gut. Viel mehr können wir ja nicht mehr holen, außer Kuscheltiere und Looms. Wie heißt denn der Level? Qualmende Socken. Alles klar. Schwierigkeit drei. Erstmal hier. Es war mir klar, dass es passiert. Warum war mir das klar? Warum nur? Bühnen. Und dann darf man das hier natürlich nicht außer Acht lassen. Oh Gott, bitte nicht. Bitte nicht. Und natürlich doch. Passiert es. Schneller. Ach, Mann. Schnell gleich blühen. Und dann den Jump. Die hier. Und das. Jetzt muss ich hier nur abwarten. Schieß. Fuck. Was? Die fliegen auch so fliegen. Kann ich fast nicht fassen. La. La la. Oh Mann, warum fliegt denn das dann auf einmal davon? Das ist ja schlimmer als bei Super Mario. Jawohl. Das fliegt ja nur hier rüber. Nimm es. Greif an. Gut. Okay. So, jetzt gehe ich hier unten lang. Weil da unten. Ne, ich hätte oben lang gehen müssen. Verdammt. Die fliegen. Die geben doch Looms. Na gut. Von da oben her. Doch, ich muss da hoch. Ich muss auf jeden Fall da hoch. Weil ich sehe da etwas. Oh, ich dachte schon, es erwischt mich. Guck, was ich hier sehe. Einen kleinen Ding. Und dann kann man hier ganz chillig nach unten. Ob es auch so chillig bleibt, weiß ich nicht. Blub, blub, blub. Und da oben ist nichts. Nein. Gut. Na komm, geh runter. Fall. Und dann weiter geht's. Im Text hier. Im Film. So, wie fliegt denn das Teil da rum? Da unten ist doch ein kleiner Ding, oder? Ah, das ist sowas hier. Seht ihr? Da kann man einfach nur so fliegen. Und dann, wenn es geschossen hat, fliege ich da rüber. Und dann erwischt ich das Ding hier. Jawohl. Und wohin kommen die? Oh, die fliegen so rum. Ist das krass. Komm. Ach nein. Münze. Oh, das gibt's hier oben. Gibt's hier überhaupt etwas? Na, hier oben wohl nicht. Dann. Oh, oh, oh. Aufpassen. Ein bisschen, wenn man denkt, okay, ich guck mal da unten, dann ist gleich finito. Meistens zumindest. Dann ist alles für den Popo gewesen. Oh Gott, das fliegt doch, oder? Ja, das bleibt stehen. Boah. Da brauche ich erstmal Anlauf hier. Komm. Jawohl. Wo sind sie hin? Ah, das ist schon ein Gegner. Den kann man töten. Alles klar. Dann stirbst du jetzt. Boah, guckt euch das an, was er mit mir treibt, Alter. Dann zurück bin ich wieder ab hier. Nein, das war ja echt nicht die feine englische Art. Kein englische Art. Jawohl. Boah, wie der... Okay. Ja, Mann, ich hab ihn gekillt. Auch wenn ich ihn so nicht töten wollte. Er ist... Zick, zick. Oh, wow. Was geht denn hier ab? Ich hab noch nicht mal einen geheimen Level, Mann. Ob ich da wohl noch welche finden werde? Oh, Gott. Warum trifft denn der mich so? Bist du bekloppt oder was? Das reicht mir jetzt. Ich bin jetzt wütend. Oha, der lebt noch. Nee, der ist tot. Sag, er hat zu Hause, ob er echt noch überlebt. Das hätte ich jetzt echt nicht brauchen können. Komm, ich will dich. Du blöder... Sack Looms. So. Jetzt muss ich hier aufpassen. Mal nicht abspringen. Ja, jetzt müsste doch mal ein geheimer Level langsam kommen. Spätestens jetzt hier irgendwo. Oh, Gott. Und den einen da, denke ich, ist okay, wenn ich den... Bist du... ...ein blöder Fisch oder was? Na, ist er tatsächlich. Oh, Gott. Die fliegen wieder so. Lala. Na, doch nicht. So. Hier hau ich alle weg. Der Looms wegen. Lups, lups, lups. Das macht so Bock, die wegzudreschen. Jetzt wartet mal. Wenn hier so ein Ding ist zum Reingehen... Nee, da ist nix. Verdammt, jetzt habe ich gedacht, ich finde da... ...etwas, das mir... Wow. Knapp, aber... ...ich habe es doch noch geschafft. Jetzt muss ich nur gucken, ob hier vielleicht irgendwelche kleinen Eingänge oder so sind. Für so ein Bonus-Level. So, jetzt Magie natürlich weghauen. Einfach von hier aus. Aus der... ...Position. Nimm es. Nimm es. Oh, ein Kleinling. Cool. Ein richtiger Kleinling. Ja, ja, ja. So, jetzt muss ich aber echt mal... ...mich auf Bonus-Level-Suche begeben. Ich hoffe echt, ich habe ihn noch nicht übersehen. Oh, Gott. Ja, ja. Hier, bestimmt. Komm. Hey, Bonus, Alter. Das habe ich schon... Oh, oh. Könnte hart werden. Und knapp. Bestimmt muss ich in den Level nochmal rein, auch wenn ich das nicht wirklich will. Och, nein. Beklopter Fisch. Jetzt sammle ich erstmal die hier ein. Ja, 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 ja. Ich sehe etwas. Ich sehe etwas. Das ist hoffentlich auch der Erste. Oh, 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 oh. Juch, Alter. Oh, 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 oh. Diese Elektro-Fizzles. Oh, 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 oh. Okay. Immer langsam hier. Elektro-Typ. Oh, Mann. Ist schwieriger, als es aussieht. Glaubt mir. Sind zwei Stück, ne? Oder drei sogar. Jetzt fliegt mich hoch. Oh, das war ein... Oh, Gott. Ist der bekloppt oder was? Der hat gerade Suizid begonnen. Oh, Gott. Okay, jetzt muss ich hier nur auf den Wind achten. Komm, Wind. Trag mich rüber. Jawohl. So, jetzt wo ist der Kleinling? Da ganz rechts. Äh, links meine ich. Oh, es lebt noch einer. Jetzt nicht mehr. Ah, haha. Genial. Bitte sei der Erste. Bitte, 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 bitte. Ja. Die Angst wurde mir genommen. Großartisch. Was mache ich denn? Was zur Hölle? Was zur... Verdammten Hölle habe ich da getan. Aber es war ja okay, was ich getan habe. So, jetzt muss ich hier nur gucken. Da hoch kann man nicht laufen. Hier aber. Alter Schwede. Boah, das tötet einen gleich direkt mal. Zum Glück ist das Ding hier nicht auf Dauer geschalten. Weg, weg, weg. Okay. Jetzt wartet mal kurz. Jetzt sehe ich hier etwas. Ich denke, die paar bringen es, wenn mir noch so viele Looms fehlen. Ich glaube nicht, oder? Äh, wenn mir noch so wenig Looms fehlen, meine ich. Ich denke mal, guck mal. Das sind... Ach, das langt. Da kann ich drauf verzichten. Volle Kanne. Volle Möhre. Warum? Wow. Aha. Guck mal. Hier sieht es aus, als ob es nach unten geht. Jawohl. Und da kriege ich auch wieder meinen... Checkpoint, wenn ich den Level hier schaffe. Ist es wieder mit Gegnern oder was? Oh Gott. Oh Gott. Wow. Egal. Ganze... Ja, natürlich langt es. Komm. Jetzt rennen wir einfach durch. Keine Rücksicht auf die Looms. Die brauchen wir hier nämlich nicht so wirklich. Fuck. Alter, die leben doppelt so lang. Oh Mann. Ah egal. Ich komme ja eh wieder von hier unten mit Checkpoint raus. Jetzt muss ich nur auf dieses Scheißteil da, auf diese Kettensäge warten. Dass die abhaut. Nee, die haut gar nicht ab. Warum hängt die da jetzt auf einmal so? Verstehe ich gerade nicht. Ja, du triffst mich nicht. Soll ich sterben oder soll ich es riskieren? Jetzt spring halt dran. Stirb. Mann. Jetzt ist mir alles egal. Jetzt mache ich hier den... Blanken Suizid. Ja Mann, der ist verreckt. Jetzt habe ich sie doch noch geholt. Aber... Drei Stück fehlen. Denkt ihr, ich habe hier was übersehen? Nee, oder? Ich glaube, ich renne einfach mal weiter. Besser ist das. Alter, guck dir das an hier. Das ist doch nicht normal. Brutal, Alter. Übel, dübel hier. Wie das hier abgeht. Ich höre was. Nein. Bitte. Äh. So, jetzt wartet... Ah, ich bin ja wieder hier. Das heißt, mir passiert schon mal nichts. Von Grund auf. Da kann ich ja... Ich gucke nur mal oben, ob da vielleicht doch noch ein Kleining oder so hängt. Nee, sieht nicht so aus. Oh Gott, ich muss es... Oh Gott, ich muss es... What the... War das der Richtige? Ja. Huiuiui. Zurück. Wieder abgespeichert hier. Äh, indem ich durch diese Tür durch bin. So, jetzt... Schauen wir mal. Fliegen. Die aufs Maul wollen. Okay, nicht alle, aber ein paar. So. Oh, ich habe so viele. Wow, 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 wow. Na, die brauche ich ja eh nicht. Die ist doch vollkommen egal. Aha, guck mal. Ich muss das Ding hier hochtun. Um dann das hier zu bewegen, oder? Ja. Guck mal, wie die dann verrecken. Und da, man hat ein Level geschafft. Einfach geschafft. Und wieder drei Kleinlinge in unserem Konto gut geschrieben. Und lose und looms. Perfekt. Oh nein, das waren gar nicht drei. Das waren zehn. Ah, haha. Habe ich mich verguckt. Okay, ein riesiger Level. Level. Oh, seht ihr, was ich sehe? Das Let's Play neigt sich tatsächlich dem Ende zu. Es werden ein paar Looms. Danke. So, hier. Moderne Zeiten. Den Level gehen wir erst in der nächsten Folge an. Haut rein, Leute. Peace. Peace. Vielen Dank.